Hallo, herzlich willkommen zurück hier in meiner Küche. Ja, mich hat es auch erwischt. Ja, war mir so Zimmer, ne? Das geht ja meistens immer so rum. Erst fängt das Kind an, dann ich, dann geht es zum David. Schau mal, vielleicht bleibt er ja einfach schon, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es mir nicht so schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Gestern Morgen war es richtig ekelhaft, aber wir lassen uns nicht unterträgen hier. Äh, Verlosung. Es geht um eine Steffi-Box, genau, es geht um eine Steffi-Box und ich weiß gar nicht, welche Volume Steffi-Box es war, auf jeden Fall Steffi-Box. Ist egal. So, ihr seid alle hier drin, mitgemacht haben 27. Und alle da draußen auch gute Besserungen, die auch irgendwie verschnuppt, erkältet oder wie auch immer sind. Es geht im Moment um, ne? Könnte auch Corona sein, man weiß es immer nicht. Aber gefühlt hat irgendwie im Moment jeder zweite irgendwas. Äh, so eine Type Scherps, morgens klein, damit das warm. Dann geht das wieder um. So, tadaaa! Gewonnen hat die Steffi-Box. Die Katastrophe Nummer 1. Haha, ich find's immer noch einen geilen Namen. Äh, ich müsste dich eigentlich haben. Aber ich schau noch mal. In meine Liste. In meine Liste. So. Ja, da bist du. Die, äh, Katharina. Katharina, auch für dich ist die Steffi-Box. Ich schick's dir zu. Wünsch euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Und wie gesagt, falls ihr auch irgendwie erkältet seid, krank, gute Besserung. Bis dann. Ich werd jetzt deine Hühnersuppe essen. Tschüss. Tschüss. Ich Luther. Untertitelung. BR 2018